Hallo, mein Name ist Michael Peetsch und ich bin Produktmanager bei HZ. Heute stelle ich euch einen der kleinsten Akkuschlagschrauber unseres Sortimentes vor, den 9212 SPC-1. Der 9212 SPC-1 ermöglicht flexibles und autarkes Arbeiten ohne Kabel oder Schlauch. Der Akkuschlagschrauber besticht durch geringe Abmessungen ein handliches Gewicht von nur 1,45 Kilogramm inklusive Akku sowie einer guten Haptik. Auch dadurch werden die praktische und komfortable Verwendung zum Markenzeichen des 9212 SPC-1. Dabei finden sich vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in und um die eigenen vier Wände. Dank des Lösemoments von 260 Newtonmetern lassen sich viele hartnäckige Verschraubungen problemlos lösen. Ein praktisches Betätigungsfeld für den Akkuschlagschrauber ist beispielsweise der Reifenwechsel. Dort könnt ihr schnell und einfach die Radschrauben lösen. Zudem eignet sich der 9212 SPC-1 auch sehr gut für andere Arbeiten in der Werkstatt. Außerdem verfügt der Akkuschlagschrauber über weitere Features, die die Arbeiten und das Handling jetzt noch einfacher gestalten. Eine Lampe oberhalb des Betätigungshebels sorgt dafür, dass ihr den Arbeitsbereich ausleuchten könnt und das schon vor dem Start des Abtriebs. Durch Antippen des Betätigungshebels wird das Licht eingeschaltet und leuchtet auch ohne Verwendung einige Sekunden. Der Lieferumfang des Akkuschlagschraubers enthält zudem einen beidseitig montierbaren Gürtelclip, sodass ihr das Gerät immer bei euch tragen könnt. Durch die Handschlaufe wird verhindert, dass ihr den Akkuschlagschrauber im Eifer des Gefechts fallen lasst und ihn beschädigt. Vor allem bei Arbeiten auf der Leiter ist dieses Zubehör unverzichtbar. Der Akku des 9212 SPC-1 ist ein leistungsfähiger Lithium-Ionen-Akku mit einer geringen Selbstentladung von nur 2%. Damit ist er auch nach längerem Stillstand direkt einsatzbereit. Wie viel Energie euch noch zur Verfügung steht, lässt sich einfach am Fuß des Gerätes mit einer vierstufigen Ladeanzeige einsehen. Der Akkuschlagschrauber 9212 SPC-1 wird in einer praktischen Canvas-Tasche mit Schnellladegerät angeboten. Wahlweise enthält der Lieferumfang dazu ein oder zwei Akkus. Der 9212 SPC-1 ist außerdem mit allen Akkus aus dem HZ-Produktprogramm kompatibel. Mobile Power kombiniert mit komfortabler Bedienung, das ist der HZ-Akkuschlagschrauber 9212 SPC-1.